Also für uns ist es wirklich ein Glück, dass wir endlich einmal so die Straße nutzen können. Wir haben alle die Sehnsucht, das viel öfter machen zu können. Da hat das Wetter auch mitgespielt. Wir leben alle mit der Straßenbahn und dem Freund des öffentlichen Verkehrs, das ist schon so in Ordnung. Aber ein bisschen mehr hinaus wuchern zu können und die Straße einnehmen zu können, das wünschen wir uns alle. Das ist uns heute endlich gelungen. So ein Straßenfest ist heutzutage gar nicht mehr so leicht, dass man das überhaupt genehmigt bekommt. Und umso glücklicher bin ich es, dass es zustande gekommen ist, dass so viele Unternehmer hier aus der Straße auch mitgemacht haben, ihre Tische rausgestellt haben, Getränke und Speisen anbieten, verschiedene Programmpunkte sich überlegt haben. Also für mich ist es endlich ein schönes Nachmittag. Danke Frau Präsidentin. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020